Wer kennt es nicht? Man sieht im Internet marmorierte Nägel und denkt sich, wow, cool, ich habe genau die Farben da oder ich kaufe mir genau die Farben. Und es funktioniert dann nicht. Geht es euch auch so? Ich habe einen Trick, den wirklich jeder hinbekommt, auch du. Wenn dich das interessiert, würde es mich freuen. Abonnier meinen Kanal, teil das Video und jetzt geht es los. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020